Hallo und herzlich willkommen zurück zu Technomancer und wir reden gerade mit Großmeister Ian über Aurora als nächstes und schauen mal was er zu sagen hat. Krass. Okay. Zechariah How about a truth that few are brave enough to say? We are losing the war. Even though our enemies have not come out unscathed and are losing momentum, in the end we will lose territory, facilities, maybe even entire cities. In time I am certain that we will launch a new attack, in an effort to regain our pride and take back what we have lost. But we shall fail and fall again, unless our internal politics radically change, a change is likely to happen as this planet turning blue. Oje, oje. Gut. Ähm. Gleich mal noch kurz über das hier. We are, as you have learned, mutants, Zechariah. But while other mutations form the poor deformed creatures that we use like commodities, ours has produced within us gifts. Whether this knowledge is shared among the technomancers of Aurora, I know not. We are all still learning about ourselves. With knowledge segregated from faction to faction, corporation to corporation, even Aurora conducts experiments that would be of interest to us. We whose gifts have turned us into living weapons. And despite our strengths, despite our role as guardians of knowledge, the last link to the Earth's past, the sole reason the corporations have not yet collapsed, our instability, has ensured that any seat of power remains elusive to our kind. But never forget, no matter what our enemies, even those inside abundance, may think or espouse, they need us. It is not the other way around. We are our own masters, never slaves. Das sind nochmal eindeutige Wörter. Ähm. Das denke ich passt erst mal. Das können wir vielleicht noch fragen. Achso, ne, achso. The greatest challenge shall be their own Technomancers. I am certain they'll be supported by numerous soldiers and laborers willing to lay down their lives and their defense. But I have faith in you, Zachariah Rogue-Mancer. Endowed with the intelligence and adaptability that both your names imply, you always find a way. And I wouldn't be surprised if you come out the other side having made new allies. Cool. Gut, also jetzt gehen wir. Genug geschwätzt hier mit Dings. Brauchen wir eigentlich, mit Sean Mancer. Brauchen wir eigentlich, weiß nicht, brauchen wir reden. Zach, gut zu sehen. Wie ist das Armee-Life-Suite? Sehr gut. Danke. Wie geht's dir? Wann ist dein nächstes Deployment? I do not know, but what I do know is this. They're going to be sending me to the frontlines alongside all the others. That I'm certain. I want to make sure that none of us become close. No matter. You're not here to listen to my bellyaches. My mission is to chase deserters and put an end to their life, so that the scandal doesn't affect the army. A difficult mission, especially from a moral standpoint. So we're already schon durch, oder? Are you okay? Yes. It's raised some questions. It goes against what you've always taught me. The value of human life. That means nothing against the army's reputation. Well, it must have been a hard choice to make. We are at war, and alas, this simple fact justifies Extremes. Whereas in the end, it is only politics. I am sorry, Zach. I hope that your next missions will be less difficult. I don't want you to become as jaded as I am. Gut. Ähm, fragen wir mal hier nach dem Überfest. Wenn es comes to our corporation. Why shouldn't I be? People here are naive, content, and perfectly happy. Maybe I am a little more outspoken than others. What can I say? You were lucky that you can leave your place of birth. How many have had such luck? And now that you are a mancer, you will have the joy of discovering the breeding we have to give in to. A few years from now, we will find a technomancer spouse whom you will be expected to have little technomancers with. And then it will be their turn to be united against their own will, and so on. Huh. You wonder why technomancers are degenerates? We are all inbreds. Not mentioning the fact that we are also used as war weapons. The fact that we have no hope of getting out of the golden prison in which we have been locked up. Anyway. Don't let me break your spirit. You are different. Maybe you will manage to escape all of this. If so, we will be wholeheartedly. What else can you tell me about the dome that we visited? Alas, we lost with it alongside all the knowledge that we had accumulated there. We could send men to the place, I suppose. But with all that sensitive information. It may not be the smartest idea. Okay. Die Kapelle noch. What do you know of our chapel? It is built on an ancient colonial ruin. The ones who erected it made sure that we could only get in through two technomancers. Ach, das ist das hier, okay. Gut. Ja, nach Personen. Vielleicht über... What can you tell me about Alan? You shouldn't care about that little prick, Zachariah. That moron is only worthy of attention, because he is the physical amalgamation of all the flaws that the technomancers have. He would be a wonderful case study for the seekers, but... Other than that, he doesn't deserve my attention and especially not yours. Okay. Wer auch immer das immer noch ist, ich hab's immer noch nicht gerafft. Goodbye, Sean. Goodbye, Zach. Be careful. Der ist ja so nett, der Sean. Na ja, okay. Gut. Wir werden jetzt... Wer ist denn das hier? Meister Connor. Wie geht's, Zachariah? Ich bin gut. Und du? Gut. Wie kann ich mir von Service sein? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Ne, ich glaub, der hat uns jetzt nichts wichtiges zu erzählen. Gehen wir mal wieder raus. Ups. Na gut, das brauchen wir uns nicht jedes Mal angucken hier. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rüber. Gehen dann, wie gesagt, eine Runde schlafen. Und dann werde ich vermutlich... Ah, Moment. Was passiert jetzt? Lieutenant Zachariah Manser. What a pleasure. Ähm. Hello, Sir. I don't think I've had the honor of meeting you before. Ah. Of course. I'm Colonel Victor Watcher of the ASC. Colonel. At ease, Lieutenant. At ease. Simply came to congratulate you. And learned that you become a Technomancer of the highest degree. For a young man from the rogue family. That is a terrific achievement. Thank you. No, no, thank you. Your road must have been difficult. But you persevered. An outsider who managed to work his way into the ranks of the elite Technomancers. A marvelous story. Especially given their secrecy. They've always fascinated me. Do you have any insight as to why they chose to be so insular? Stimmen werde ich dir das nicht geben. Sorry, Colonel. But I don't know what you mean. What a shame. By coming to you out of friendship and camaraderie. I was hoping that you wouldn't treat me like an outsider too. Alright then. Back to your duties. But think about what I asked. And we'll see each other again. Irgendwie ist der unfreundlich. Der macht mir Angst. So, naja, okay, gut. Wir gehen jetzt mal zurück. Hier durch, würde ich sagen. Äh, ach so, scheiße. Natürlich nicht da durch. Lauter Cutscene. Im Gespräch jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Ups. So, aber hier lang sollte man doch gehen können. So, dann einmal schlafen und dann werden wir uns mal zunächst schon ein Quest aufmachen. Wie gesagt, tatsächlich vielleicht mal zu unserem Arztfreund. Wären sie halt nicht die schlechteste aller Ideen. So, jetzt schlafen wir hier kurz eine Runde. Keine Ahnung. Bis morgen von mir aus. 13 Stunden. Dann ist er vielleicht mal länger wach, wenn er 13 Stunden pennen kann. Schauen wir mal. Gut. Also jetzt sind wir auf jeden Fall wieder Double XP sozusagen. Jetzt gehen wir da durch. Und jetzt muss ich hier mal kurz im Questlog die Quest anschließen, die wir als nächstes, äh, anmachen, die wir als nächstes machen wollen. Und zwar. Gut, ich denke, die hier können wir noch gar nicht machen. Ja, die können wir gar nicht machen aktuell. Ähm. Die anderen will ich eigentlich auch nicht. Dann machen wir mal hier die Kampfdroge. Beziehungsweise Sorgen eines Professors. Beide sind ja beim selben Herr. So, dann hier lang. Und da drüben in die... In die Slums wieder. Schon alles ein bisschen abgefuckt hier. In der Stadt, obwohl sie trotzdem beeindruckend aussieht. Ich bin gespannt, ob der Arzt uns helfen kann. Und was er zu sagen hat, wegen seinem Kumpel natürlich. Das ist auch wichtig. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, ich würde sagen, wir laufen hier außen rum. Wenn, da kommen jetzt gleich wieder Gegner. Ja, natürlich. Wir sind immer hier, oder? Komm, greif mich doch an. Ich will noch ein bisschen das Blocken üben. Ah, hat geklappt. Nur diesen Konterangriff, meine ich. Und wieder ein bisschen Serum können wir vielleicht holen, oder so. Zwei Serum. Hier drüben vielleicht auch. Zwei Serum, cool. Immerhin. Genau, und danach, wenn wir mit dem Arzt gesprochen haben... Das machen wir erstmal hier, kurz gehen wir da hin. Und dann werden wir uns um die andere Questa kümmern. Ähm... Mit Scott Seeker reden, genau. So, wir fragen... Gegengift für die Droge. Lassen wir das hier. Also, wir brauchen ein Antidote. Können Sie das? Du, 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 du hast wahrscheinlich gemacht. Du, du hörst die Wissenschaftlerungen, die ich versuchte dir. Oh, well. Du, du würdest fangen, zu fangen lightning bolts. Ich erinnere mich das an. Scott, hier ist die Sample. Kann ich ein Antidote? Du denkst, dass ich senile? Du, du, du. Gib mir ein bisschen Zeit. Okay, das haben wir schon mal abgegeben. Ah, ne. Cool. Das hat schon mal geklappt. Über Charles' Verschwinden reden. Was ist ein sehr guter Forscher. Er hat einen sehr guten Forscher gemacht. Er hat einen wirklichen Prozess auf den Settlern genetischen Originen. Wie schade. Und diese schlechte Frau, die sich überrascht hat, ist schuldig. Ich dachte, ich dachte... Anyway, vielleicht könnte man... Was ist passiert? Ich weiß, dass ich viel von dir fragen möchte, aber ich frage mich, vielleicht könnte man weiterentwickeln. Sie sind jemanden wichtig, jetzt. Sie wissen viele Leute. Sie können dich sagen, ob Veronica's suspicions sind. Ich kann wahrscheinlich mit meinem Kapitän sprechen, oder ein paar Kontakten in der Neue. Oh, danke. Vielen Dank. Ich möchte mich sicher sein. Ich denke, dass du musst, dass du seine letzte Forschung hast. Ich glaube, dass er, außer was er sagte, er hat etwas gefährliches gefunden. Die ASC, ihre Thugs. Wir müssen nicht, dass die sensitive, technische Forschung in ihre Hand fallen. Die Risiken sind zu hoch. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber ich wüsste, dass Veronica mir Charles' Dokumente will. Sie ist sehr protectiv von ihrem Job. Ja. Wir untersuchen das auf jeden Fall weiter. Puh, ich überlege gerade. Machen wir hier die Sachen auf? Ah ja, das ist unser Kumpel, der gibt uns mit Sicherheit die Sachen. Wenn wir sie brauchen. Irgendwie habe ich auch das dumpfe Gefühl, dass der vielleicht mal von uns Gruppenmitglied wird oder so. Aktuell. So, passt. Haben wir alles. Gut, wunderbar. Dann werden wir jetzt natürlich mit der nächsten Quest weitermachen, beziehungsweise erstmal geschwind gucken. Ähm. Ähm. Da gibt es auf jeden Fall was. Da gibt es was. Bei Anton Rogue müssen wir fragen. Ryan Stewart das Gegengift geben und so weiter. Ähm. Ich überlege gerade, wollen wir jetzt mal geschwind hier rüber nochmal mit dem Anton Rogue reden. Dann vielleicht hier mit den drei Leuten mal reden. Die Forschungsergebnisse holen oder wollen wir jetzt hier die Hauptquest machen. Das ist eine offizielle Mission? Es ist nicht, ist es? Was werden wir tun, wenn wir unter Attacken kommen? Dann werden wir uns selbst schützen. Schau. Ich weiß, dass Anton Rogue nicht der Typ, der mit uns zu hangen. Aber er ist der Typ, der zu kommen, wenn du etwas über was zu wissen willst. Dann muss ich etwas wissen. Alright. Woher du sagst, Lieutenant. Ich bin hinter dir. Wenn etwas runter geht, dann habe ich dir zurück. Sehe ich auch so. Wir dürfen ja mittlerweile hier rein ohne Probleme eigentlich. Herr Manser. Das haben wir schon gehört. Wir wollen mal Informationen über das Fritz geschwinden. Professor Charles Seeker. Ich schaue, was mit ihm passiert. Was kannst du mir sagen? Die Gefahr zu haben, zu haben. Zu benutzen. Und besonders zu sprechen. Ich glaube. Seine Forschung und politische Opinionen drücken die Linie. Und die Patience von einigen. Es ist lustig, wie smart und weiss nicht immer Hand in Hand gehen. Das gesagt. Das Wort ist. Er hat einen trainieren. Nicht so viel für einen Freitag. Nicht so viel für einen Freitag. Viel mehr als ein verletztes Hiatus, die die Militärinrichtung gegeben hat. Und das Körnerl's Re-Education-Camp. Er war für den Körnerinrichtung. Es ist nicht egal. Es ist 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 egal. Okay. Haben wir da schon alle Informationen, oder was? Dann gehen wir. Nee, oder? Können wir das jetzt schon abgeben? Ah ja, okay. Darüber haben wir schon mal Informationen. Da geht's um das Gegengift abgeben. Na gut. Dann gehen wir doch noch und holen die Schadseekers-Informationen. Schmal. Das würde mich mal noch interessieren. Was da so drinnen steht. Also die Forschungsergebnisse meine ich. Ich finde die Zeit fliegt bei diesem Spiel immer so unglaublich. Also wir sind jetzt bald wieder mit einem Part durch. Also noch nicht. Aber schon sehr sehr bald. Jetzt werden wir dieses Mal Gott sei Dank mal zur Abwechslung hier nicht angegriffen. Auch mal cool. Ähm. Schon immer krass. So. Hallo. So. Sollen wir was mitteilen oder nix sagen? Sagen wir erstmal es gibt nix Neues. Okay wir müssen es ihr sagen. Ähm. Dann werden wir es ihr doch sagen. Das haben wir schon gehört gerade eben. Ja. So. From what I could gather. He was arrested and thrown into the correctional camp. Apparently his criticism of the government was more important to them than his work. Times we live in I guess. I don't even know what to. Such a loss. A waste. Maybe his work shouldn't be abandoned. If he's not coming back anytime soon. Or at all. And you can do good with it. Gut. Wir können jetzt die auf Sachen zu Charles Seeker zurückgeben. Oder ihm das geben. Ich denke das machen wir mal noch. Bin gespannt was wir da jetzt rausfinden. Mal wieder rein. Und guck mal. Hi Scott. Hallo mein Junge. Wie geht's dir? Nichts gebrochen ich hoffe. So. Wir übergeben die Dokumente. Wir übergeben die Dokumente Guter Plan. No doubt our dear Charles was worried. They're coded. It's funny. It reminds me of the code we used to students. So that the professors wouldn't know about our adventures. All this is a little far away. I'm gonna have to think about it. Thank you Zach. Thanks again. Ja bitteschön. Erfahrung. Ruf. Scott Rieker. Rieker Ruf. Haben wir bekommen. Sehr schön. Ähm. Dann würde ich fast sagen. Ich guck mal ganz kurz auf meine Uhr. Dass ich jetzt glaube ich. Wieder einen kleinen Cut hier mache. An der Stelle. Genau. Mal 23 Minuten. Das ist eigentlich so die Partlänge die ich immer haben möchte. Ähm. Und dann werden wir. Ich denke. Im nächsten Part. Ich bin echt am überlegen. Wollen wir dann erstmal hier. Ich glaube wir laufen erstmal hier rüber. Reden hier mit diesen Leuten. Die Arena muss ich nicht unbedingt. Aber. Hier rüber mal laufen. Ähm. Mal schauen. Ist der Bürger. Was Yvon Horst und Sam Rogue sozusagen haben. Und dann zurück. Wenn sie nichts gescheites haben. Und die Hauptquest weitermachen. Ich denke das ist mal ein Plan. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Leute. Ähm. Leider in den Untergrund. Da kann man leider nicht gucken. Was ist da. Ob es da irgendwie auch vielleicht Quests gibt. Oder so. Aber irgendwann gehe ich da passiert mal nochmal runter. Oder vielleicht muss man auch für eine Quest mal wieder da runter. Also ich danke euch. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.